Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA Ultimate Team, jawohl. Nach unseren ganzen Niederlagen, ich muss sagen, zugeben, ich habe ein bisschen verkackt jetzt in der Liga. Drei Niederlagen in Folge und nur noch fünf Spiele. Das heißt, wir kriegen maximal, also wir könnten noch den Titel kriegen, aber dann müsste jedes jetzt gewinnen. Und deswegen denke ich, erst mal zum Abregen, damit mich das nicht ganz so abfuckt, machen wir jetzt mal einen Pokal. Und zwar nicht den Anfänger hier, Halbprofi auch nicht, Profis, hört's doch viel dran. Ähm, Schenkset Silber, das hier hätte ich gern, aber da ist, Weltklasse ist mir noch zu hart. Profi, 1000 Münzen, Legende, warum nicht? Profi, 1500. Fünf Sterne. Das kriegen wir nicht hin. Dann fangen wir doch mal ganz vorne an, bei Profi. Machen wir einfach das hier. So, und ich hoffe, die Engine fuckt mich heute nicht ganz so ab. Wieder mit unserem Premium Team hier. Ähm, ja, wegen viel verändern wird sich da nicht mehr. Ähm, weil ich habe einfach nicht genug Münzen. Irgendwann beim Pack Opening oder wenn irgendjemand IF kommt, dann vielleicht mal. Oh, ich bin der Freistoßgott. Aber so insgesamt passiert da nicht mehr viel. Also, ich hole mir den Daniel Alves noch. Okay, komm, scheiß drauf. Minus 100 Punkte. Reicht mir. Und gegen Wolfsburg auch Profi. Die Atmosphäre hier im Stadion ist klasse. Also, gegen Computer hatte ich mir jetzt noch nie Probleme. Also, auch gegen ein Legende-Team habe ich schon gewonnen. Äh, ich habe immer nur solche Bugs beim... Oh, oh, fuck. Den habe ich dich zu spät gesehen. Und die Leitung des Spiels übernimmt heute schon... Das ist echt krass, was manchmal für Engine-Bugs rauskommt. Das ist übel. Ähm, wenn zum Beispiel... Du in der Mitte einen Zweikampf hast. Einen ganz normalen Zweikampf. Und dir dann plötzlich... Einfach den Spieler wechselt. Und du gar nicht mehr zum Gegner hin kannst. Und der dann ohne irgendwelche Schuld von dir. Einfach nur, weil die Engine dir den Spieler wechselt. Langer Pass. Der kommt gut. Der kommt gut. Der kommt gut. Der ist schneller. Der ist schneller. Und... Bam. Und... Eindrehen. Und... Nein. Schuss. Ah, schade. Dass du dir einfach während dem Kopfball-Duell in deinem eigenen Strafraum, wo es wirklich in jedes Tor geht, einfach den Spieler im Kopfball wechselt. Hat sich auch schon in der Aufnahme, glaube ich. Ähm. Und wenn das dann halt das entscheidende Sieg-Tor ist, oder halt entscheidend, ob du aufsteigst oder absteigst, äh... Das ist halt... Muss man einfach sagen, scheiße. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur auf Computer ist. Keine Ahnung. Das könnte gefährlich werden. Denn der schießt immer sofort... Nein. Schade. Nicht gut. Wird lieber eine ganz normale Flanke machen sollen. Fabi. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Füße, fixe, fixe. Ja, na, also. Und... Oh, was ein Ding, Junge. Was ein Tor. Richtig geil, Soldado. So macht man's einfach. Ich bin geil und hau den Bagger so rein. Richtig geil. Und wie das Soundbox am Start. Und wie das Soundbox am Start. Das Schlitzrohr der Wursche. Also wir den Tornhüter da verlebt. Das ist schon. Oh, 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 oh. Spielen wir nach Regeln, oder was? Freistur, natürlich. Das Publikum stottert. Das, 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 das. Und wenn man es nicht so übel anspricht, dann schreien wir nach, das, 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 das. Ich kriege ihn mal. Oh, richtig geiler Pass. Na, ja, dräng dich noch mehr rein, Junge. Alter. Komm, dann kriege ich den, kriege ich den, kriege ich den. Nein, kriege ich nicht. Schade. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich will klassisch nach. BAM! Oh, oh, der hat er verzweifelt. Ja. Ähm. Jero, kriegst du besser hin, oder? Komm, kriegst du besser hin. Ähm. Genau. Scheiße. Guck, weil du verloren. Ist natürlich durch. Komm, lauf! Lauf, Junge! Ah! Kämpf! Scheiße, Perisic. Scheiße, Perisic. Äh, und zum Thema Bundesliga-Team will ich gerne machen. Das Problem, dazu muss ich erstmal Geld ausgeben, weil, da muss man so viele Münzen erspielen, das ist echt krass. Also, da müsste ich... Also, ich werde heute viel spielen. Meine Mutter ist nicht da. Überhaupt kein Problem. Da werde ich das erstmal auslassen und richtig lang zocken. Ähm, mal gucken, vielleicht krieg ich ja heute mal 20.000, 30.000 Münzen und dann hole ich mir mal die ersten Spieler. Ähm. Problem ist halt echt, dass ich da auch was für ausgeben will, weil ich will ja damit auch spielen. Und da muss ich halt mal 200.000 raushauen. Und das kriegt man nicht so leicht. Ah! Schade, setzt er sich aber fast schön durch. Fast. Die Betonung. Ach, lauf doch weiter! Das vermisse ich ein bisschen bei der BBVA. Also, ich weiß... So muss man laufen. Das war richtig gut. Leider kam der Ball nicht an. Ja! Dass sie, ähm, nicht so eine hohe Vision haben. Das haben nur die tolleren Spieler. Dass sie jetzt da zum Beispiel nicht gewusst haben... Ah, okay. Und? Und? Ah, ne, okay. Der war fast. Benaglio. Wie alt ist der Benaglio eigentlich? Der ist auch schon uralt, oder? Kommt mir das nicht so vor. Ich mein, der war schon ziemlich alt. Guck, jetzt wechseln wir da den Spieler! Danke, FIFA! So, was meine ich? Und wenn das halt gerade... Oh mein Gott, den hab ich nicht gesehen. Wenn das halt gerade dann passiert... Ähm... Wenn du halt grad hinten, ähm, einen gefährlichen Angriff kriegst, ist das scheiße. Ne? Kann man vielleicht verstehen. Ja, leck mich. Ja, du kriegst den Ball eh nicht. Du weißt das. Lauf! Na, abseits. Abseits! Wieder abseits! Nein! Oh, den wollte ich richtig schön... Einen laufenden Ballweiten, Einen langen Ball geben. Mit... Doch, wenn man zweimal Viereck drückt, dann macht er nämlich so eine schöne flache Flanke. Und die kann man meistens richtig geil verwerten. Mit einem guten Stürmer. Und den hab ich ja. Boah, der Nilo ist ja auch ein Tier. Also, muss mal gucken, wie viel die so wert sind. Ähm... Weil, ich will ja wenn schon, denn schon. Und dann möchte ich nicht für 20.000 so eine Pillow-Mannschaft holen. Also, ich denk, kriegst du auch eine. Aber ich will halt ne gute. So eine, die sowas da reinmacht! Boah! Boah! Alter! Ja... Ja, und vor allem, wie stellt er sich denn da, so kann das nichts werden! Schade! Ah! Ach. Wo hier... Ohli! Ohlić kann nichts! Ohlićis! Oh, nein! schlecht und schöner ball nach vorne lauf 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 der schnellste ist er leider nicht aber er kann geile flanken machen und auch mal selber schießen ich finde ich so genial an dem ein duell der 1000 fehler übrigens was ich euch empfehlen kann was ich aber selber nie mache einfach auf sicherheit spielen mache ich nie weil mir das zu langweilig ist aber so gewinnt man gerade so gegen welche die vielleicht immer merkt die spielen besser spielt einfach auf ball sicherheit und wartet bis eine perfekte chance ist das sieht man auch immer am gegnerischen torwart der kriegt durch mich immer eine mega gute wertung zack zack oh da bin ich vorbei alter was ein schuss alter jungen der werk genau hinten im winkel geile flanke da steht piquet tor junge piquet nice richtig geil gemacht finde ich gut dass er piquet ab und zu sein kopfballtor bringt finde ich ein bisschen schade von puyol habe ich noch kein einziges kopfballtor gesehen obwohl er auch ganz schlechte kopfballtor hat auch so kann man sich befreien also ich denke allzu teuer werden die spieler und seien ich denke ich mache mir einfach mal so eine mannschaft aus spielern die vielleicht zu 2000 wert sind und ja weil problem ist ich muss ja immer so eine team training karte immer so eine team training karte anwenden und irgendwann habe ich die halt nicht mehr und dann bleibt mir nichts anderes übrig als entweder mit einer schwachen chemie zu spielen neue zu kaufen was total sinnlos ist weil die bei jedem pack siehst genau deswegen würde ich halt lieber dann meine guten spieler lauf die auswechslung tun und dann halt ja das war kein faul jungen mal was faul ist ein alter apfel ist faul was ein witz und was eine lache ja über den spieler jetzt zeige ich euch meine gefährlichen konter über kurke weil er rennt da einfach durch dann in der mitte da seht ihr schon laufen meine spieler sich frei da kommt die flanke und da werde ich geblockt da werde ich fies geblockt schade etwas gutes werden kann aber ich renne erstmal meine kreise mit farbe gas voll über mutilie aber solange es hilft zack was sage ich ach schade sie spielen sich den ball zu wie im trennen nein oh mein gott da habe ich mich gerade verstanden aber ich hole mir den ball natürlich wieder weil meine spieler obse spieler einfach richtig geil sind ich bin auch richtig zufrieden mit dem team also ich frage mich ob das überhaupt noch art viel besser geht weil es ist geil es ist richtig ruhig das team ich habe das gegenteil gesehen der gegner hat den ball und lauf lauf gucke lauf 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 der naldo der ist langsam warum ist das so schnell und solche flanken sind so geil und das what the fuck alter und piqué ach piqué echt kopfballstark ich weiß gar nicht was der für werter hat dann haben sie den sieg im sack so 2 0 aber ich denke das schaffen wir hier profi ist ja jetzt nicht die herausforderung aber weltklasse ist mir einfach noch zu großes risiko dass ich einfach dem da ist mir die münz chance zu gewinnen also das ist dann wirklich man muss ja um wirklich das preisgeld zu kriegen auch wirklich dann gewinnen und dann darfst du halt keinen einzigen kein keine einzige niederlage uuuuuh der peter finde ich auch richtig genial den kann das ist richtig gut ähm genau da muss man halt immer gewinnen und das ist mir einfach zu großes risiko einfach weil dann macht man die engine nicht mit und dann ist man sofort aus dem finale raus und hat nichts gewonnen aus wie viel spielen fünf spielen aus fünf spielen dann hat nichts gewonnen scheiße komm mach hin ich will spielen ich will spielen dieses torwart zeitspielen das ist der Hammer Riol stark Soldado Soldado auch stark gut gut im richtigen moment ist er am richtigen ort der ist nach vorne preschen einfach bam mit dem vollrückzieher geil die chance eingeleitet jetzt kommt das klappen alter alter wie holzt der mich denn um jungen ja ist klar ey ohne spaß ne das war ja wohl das böseste faul ever rennt in mir dann die hacken spaß die oh Abwehr rausziehen ist immer schlecht außer es geht gut und lauf 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 scheiße der war zu weit aber ich kann ja antäuschen angedrehter schuss ach 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 schade nein Riol komm stark der Riol ist echt ein Tier warum läuft er nicht fuck da läuft er einfach nicht streikst du oder was ja komm was halt wollte ich noch mal ganz kurz sagen warum ich hier was an Saison halt schwer ist was hä hä was denn gelb ja aber das ist gelb und das im Strafraum nach scheiß dran xavi alonso der hat einen Longshot ach aber nicht so ich würde gerne mal ein Longshot Tor machen hab ich doch kein ich hab noch kein einziges richtig geiles Longshot Tor machen Perisic Juno komm weg weg ah Tier hier Soldado der hat keinen Longshot Fabregas der hat einen Longshot oh Gott das war der Schwache nice richtig guter Schuss gerade richtig gut aber ich dachte grad Klose oben eingewechselt ja klar Wolfsburg 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 und Klose wisst ihr ja auch dass der jetzt bei Wolfsburg ist äh wer es nämlich weiß ähm schaut sich mal die anderen Videos an da haben wir deutlich und lange drüber gesprochen Werbung nein haben wir nicht geile Flanke ah der Naldo ist einfach zu groß voll cheating ich stell mir da auch so einen Dirk Nowitzki rein und geiler Pass der Naldo ach das war gar nicht mal scheiße und tschui scheiße und tschui Luis Gustavo ist ja auch bisschen überraschend dass der jetzt da gewechselt hat boah jetzt setze ich durch und war es eine Ballstaffette ah da steht wieder der scheiß Naldo da vorne hol ich mir vielleicht auch also ich werde auch jetzt am Anfang nicht die ganz teuren Spiele holen natürlich für meine Bundesliga Mannschaft ähm wenn ich es habe dann hänge ich es mal in irgendeinem Video mein Bundesliga Zeug also auf jeden Fall 2-0 gewonnen sieht gut aus genau und naja was bleibt da noch zu sagen wünscht mir Glück dass ich billig Spieler kriege und bis zum nächsten Spiel machts gut bis morgen Leute bis tschüss Bis zum nächsten Mal.